Der Segway of the Americas ist eine 5,516 Kilometer lange Rennstrecke nahe Austin in Texas, Vereinigte Staaten. Die Rennstrecke wurde 2012 fertiggestellt. Seit 2012 findet der große Preis der USA ein Rennen der Formel 1 auf der Rennstrecke statt. Außerdem konnte der Veranstalter der Motorrad-Weltmeisterschaft einen Zehn-Jahres-Vertrag mit dem Streckenbetreiber abschließen. So dass ab 2013 hier auch Rennen zur Motorrad-WM stattfinden. Rennstrecke Die Rennstrecke sowie Box- und Fahrerlager wurde von dem deutschen Streckenarchitekten Hermann Tilke entworfen. Das Architekten Burmiro Rivera Architects ebenfalls aus Austin ist für die Außenanlagen wie ZB die Tribünen verantwortlich. Die Strecke umfasst 20 Kurven, beinhaltet Höhenunterschiede von 40 Metern und wird als eine der wenigen Strecken in der Formel 1 gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Die Startzielgrade endet mit einer Bergaufpassage, die in einer Haarnadelkurve mündet. Die Strecke enthält Passagen, die dem Magots-Berketts-Abschnitt in Silverstone oder dem Motodrom in Hockenheim ähneln. Statistik Alle Sieger von Formel 1-Rennen in Austin Rekordsieger-Fahrer Rekordsieger-Konstrukteure Rekordsieger-Motorenhersteller Rekordsieger-Reifenhersteller Rekordsieger-Nationen Großbritannien Alle Sieger von Motorrad-WM-Rennen in Austin Rekordsieger-Fahrer Rekordsieger-Motorenhersteller Rekordsieger-Nationen 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 Vielen Dank.